Alibi oder Kev und Ela? Alibi, Maestro. Okay. Ich kicke mal, ob ich mir danach noch ne schöne Tarnung für Alibi hole oder so. Mach mal. So ist Pumper. Gartig. Lol. Äh. Ich glaube, die Runde Küsse wird doch nicht so geil. Fäber schiebt mir. So rumkontakt. Nee, doch nicht. In so ne Maschine. Ich geh da, meine Bombe gegangen, dass wir mit mir da kommen. Ich geh mal ein bisschen. Hauptdingang? Jo. Das war schnell ran. Ganz zu und lang. Ja, Entschuldigung, dass ich fett bin. Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott, ich bin so ein Boot. Ich bin so ein Boot. Wo denn, wo denn, wo denn? Hier draußen. Du bist so eine Maschine. Oh, ich bin so ein Boot. Wollt ihr mich waschen? Ja. Soll ich nochmal da rausgehen? Mal wieder links. Da ist keiner mehr. Wer schießt denn mit der Pumpe? Oh mein Gott. Mein Gott, die sind schon drin, Shisha. Ich komm gerade in den Raum rein. Drin, Shisha. So schlecht als ich bin hier drinnen. Er hängt noch dran, nach rechts. Ich hoff ja. Hinten rum, hinten rum, hinten rum, hinten rum. Ich treffe keinen Hit natürlich. Komm hier. Geht trotzdem rum. Richtig. Mal go. Bleib so fisch, Alter. Ich bin dann kapital für den Kopfbedeck. Ah ja, moin. Ah ja, moin. Damals, wo man auch bereits sichern spielen konnte, heil auch immer Bombe in ranked gespielt, weil ich immer ein Schwitzer sein wollte. Ich baue ihn an der Wand. Aber ich war nie ein Schwitzer. Ich hatte eine neue Sima KD. Wir werden sterben, eh nach von uns wird sterben. Hilfe. Renn weg, Merte. Ähm, Merte. Smog. Okay, provoziert. Oh, gut, das hat nichts. Egal, auch nichts. Wo ist denn, Doc? Wo ist denn, Doc? Nee, Alter, wo ist denn, Doc? Einer rennt Küche rein. Verhörung. Mann, Doc. Verhörung. Wichtig. Wichtig. Ich prefire ihn. Er hat noch einen Pump mit. Greatlock hat noch einen Pump mit. Ich schluck. Sie ist so One-Shot. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Dein Standort ist gefährdet. Ein Kämpfer des eigenen Trucks verbleibt. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Gut. Viel Spaß. Dane ist unten, Penthouse rausgesprungen. Und seit ihr eh das am Fenster. Er hat vorm Fenster geplant ist. Scheine auf der Range, oder? Scheine auf der Range. Scheine auf der Range. Mann, Teammate. Guck dir auch unsere Mates wieder an. Guck sie auch einfach wieder an. Ach man, ist so Lust. Die Bomben schützen. Mann, Alter. Wenn wir in unserem Mates einfach mal Blut werden. Und ein paar Clicks machen würden. Geht uns auf den Nerven. Geht uns auf den Nerven. Wenn nur 3 steht und inner steht dann immer noch. Mit nur Küche und nur Süß. Dann leg den um. Oh, Luke und Gott spinnen einfach nicht. Ich Junge Trigger mich dann mit einer Direktion gerühren soll. Ich nicht darf meine Bombe entdeckt. Verteidigen Sie. 10 Sekunden. Ich leg mir jetzt irgendwo vor ne Küche rein. Leg mir jetzt nur noch 5 Sekunden. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Macht euch angriffsbereit. Uh, bitch. Oder? Ja. Ich hoffe nicht, oder? Nein. Kicking genau zu. Bei mir seid sich einer hoch. Rät um dein Aquarium. La's zu fuhren. wieder vorhörern. ich will das einfach mal eine große Herausforderung. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß. Geht ausbohren. Alle auf dem Dach, ne? Ja ja. Und Dogpeak. Mach nichts! Mach nichts unüberlegt! ja, leg dich hin und warte, bis jemand kommt… So machte das Draws Sinn! Alter, ich hab beim Benetzer reingehst rechts zur Wand habe ich ne lokalen Schosser um zu rebeiztücken. Ich geh da hin, der liegt einfach da! Es um umrück'n großes Verlusten! ich werde entdeckt einfach schön ne, Alter ach man, doch, kein Blöcke Eis wie hüge Blöcke Eis mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, okay? bring sie es ach schon, hier, 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 hier halten wir gerade unter mir, was gehört? ne wer hat denn hier zugemacht, Alter? stop nur noch ein Gegner übrig hab sie wohnen wenn wir gleich bekommen fünftzehn Sekunden ha 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 komm, Alter komm, wieg so einer Docks hookiger, wer stirbt ha 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 Doktor Mongo, Alter wir müssen eine Bombe aufspüren Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert du hast 4 kills, ich hab 3 und den Assist ich hab fast 300 Punkte mehr als du Und Buck Buck steht 0 1 3 Und weißt du was der macht? Er fährt mit seiner Drohne und Dreht sich die Handzeit beim Springen Aber Buck ich hoffe du kassierst Junge Er ist so schlecht Warum ist denn hier eine Morsi Drohne? Ich hab den Nitro in der Luft zerschossen Ich wär so verreckt Die Pixel piekt Felt wie ist im Raum und Pixel piekt Mit Fenster ab Du bist du im Rinnejagen Und der Sprung vom Dach Kannst du machen alles clean Gib mal einen Boost Ich hab ihn Ich hab ihn müssen müssen also ich habe mir fast du läufst ja nicht drin genau vor dir eine ein das gibt uns schon in den momenten eine okay okay und weiter nicht ein schon wieder mann, ey. Eigentlich 1 AP, 1 AP, 1 AP. Save. Drohnen, 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 hast die Zeit, du hast die Zeit noch. Ich hab keine Käme. Ich schmeiße immer wieder Flaschen ab. Beschütze ihn um jeden Preis. Lass es nicht pre-feiern. 1 AP. Komm links. Die hatte 1 AP. Kann mir trotzdem Handy geben. Alter, sie hat mich so gut pre-feiert, ne. Sie hat mir noch so viel Hits gegeben. Oh, das war so wichtig, dass ich das holte. Nein, nein. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Vielleicht fährt er seine Mosidrone, er wusste hat. Vielleicht fährt er seine Mosidrone, er wusste hat. Dann kommt er zu ihrer Position und entschärft sie. Oh! Unser ist so schlecht. Das ist ein Zahner. Das ist verrückt. was schlugt er denn? so frisch einbalken scheinlich man den Planter die Töne oh hab ich den Planter mann schlugt er denn? was macht denn Blackbeard? ich hab Blackbeard irgendein Schild geschossen was macht der denn da? wissen nicht, der hat mir abgefragt deswegen ich geh mit dem Kassel, Alter man, was ist denn da? da hat er wieder zugemacht 3 4, ist er los? ist er los? ist er los? schluss auf da ist Mosi ich guck mal, da ist Mosi ich schimmel doch noch am Tisch, Alter ich geh doch mal noch grad weiter nur noch einer vom eigenen Trupp challenge mich bitte schluss auf bleibst du, bleibst du challenge mich bitte danke was macht er denn? oh, die fangkühlt schluss auf ey, noch mit den Kassel bitte nicht ich werd die ganze Zeit entdeckt wo es in die KMW ist gut ja rechts war aber was mit der Flashbangs und so ich geh nicht hin ich geh nicht hin doch, muss ich wer weiß es ja, weil er der beste ist er liegt, er hockt er hockt ich denke, warum steht er denn nicht da? schluss guck doch mal, wir jetzt hockt er jetzt hin er bleibt einfach ey, auch hockt er hin ja, guck doch mal, wie heute hätte ich dann erinnert er steht 05 weiter und damit es so schlecht ist es schlecht zu ihrer position du hast den entschärfer fallen gelassen doch ich bin mir im planter alter lademagazin k natürlich ich kriege einen hit wie sollte auch anders sein ich untergrabe ihre ausklärung mit schmiert wird richtig richtig und damit ist schon drinnen er ist drinnen schießt immer rum trifft wahrscheinlich keine einzige gegner und rennt wieder raus er hat das spiel erfunden er ich bin nicht hinter dir aber der meinte ist da ich habe mich von neues wie hälfte jägerhälfte letzter lesion letzter katholten damit dass der holten doch nicht mein gott ist so schlecht damit ist so ich habe ich auch so schlecht je weg da je weg da bitte ist schlecht ich habe mir zu kriegen müssen er hat drei magazine an dem herrn drei magazine jetzt ist los ich habe bock auf bennett ich brauche mich immer noch schwierig halt lieber adi weh klare draht wird eingreifen wenn ich drüge schweiz band ist verstärkt ich setze den kühler ein das gerät ist in position ich sorge für ablenkung gerät ist platziert ich habe keine mehr die wand wurde verstärkt es bleiben fünf sekunden das überholen wer will ich denn überwachung der bomben verstärken der gegner hat einen entschärfer ich schwöre auf alle ich muss so fett pissen oh mein gott macht er denn da ich spring da runter da rein schießt durch die Kausch und holt mich die sind eigentlich schon drin und schlender hier richtig und ich kenne den coach erkennen die soviel rein springen hier ist kein raus und so verpüssen das ist doch das ist doch jetzt unten rein wo kommst du erst mal was machst du du Mange? da kommst du erst hoch, da kommst du erst hoch glaube ich ich hab ihn gehört in der Cam und den Hulk verhebt ich hab nicht mit dir recht, dass er so fett früh vor mir ist musst du pissen, wir sind jetzt angriff ne? boah, ich will, ob wir weiter rausgehen, direkt sehe ich ihn ich hab einen Pistil in der Hand gehabt, er wollte mir spawnpicken ich bin erst mal mit der Pistil gedrückt er ist halt direkt gequittet danach ich hab ihn so gebummst, ich hab ihn so gebummst ich hab so gewusst, dass er mich challengen will ich schwör vor allem, ich hab ihn so genommen ich hab ihn so nahe genommen ich weiß nicht, ob ich nach so ner Runde schon aufgehen kann ich weiß nicht, Entschuldigung ich bleib so lange oben, bis du ohne Runde aufhängigst suche Punkt sehr gut aber wir sehen uns da oben, wir müssen uns irgendwas nochachmentig hier der